hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar dieses mal wieder aus der challenge zusammen mit dem kleinen kollegen oder besser gesagt dem gegner den ls profi aka justin und ja der hat irgendwas wieder vor spioniert bitte und sag mal was er vor hat und ja 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 der kollege hat wieder irgendwas im schilde das gleiche können wir von dir brauchen wo so bin jetzt wieder und jo dann schauen wir weiter was man noch so zu machen außer felder ernten und den herrn kollegen fertig machen ich mag dich mehr als den anderen oder nichts ah ja danke lieber jet für die höflichkeit tut man hat weg sagen aber ja jetzt fühlt er sich wieder eingebildet mehr käme aber was hat denn hier für ein langes bitteschön warum wollte ich so fritzig sorry wie läuft es hallo hallo alter jetzt ist er wieder eingeschnappt jetzt hauert er wieder eine halbe stunde nicht ey was ist denn das jungen soll ich die erzieherin holen soll ich den kindergang gärtner holen ich hole gleich dein arm alter jetzt ist er wieder eingeschnappt wie immer ich bin gar nichts eingeschnappt ja ist klar Junge du bist eingeschnappt nö na na ich bin zufrieden dun 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 Fertig? Ich bin doch am Arbeiten. Warum? Das ist doch eine Frage. Also. Bist du fertig? Hallo? Was denn? Bist du fertig bist? Nein. So lange nicht. Also. Arsch. Weil das ist wirklich auch schon den ersten Tag wieder rum, Alter. Ah. Da 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 da. So. Und zack. Habt ihr einen Discord? Ausrufzeichen Discord. Ja, ich hab auch einen Discord. Die sind bei mir in der Infobox verlinkt. Aber bei mir schaut ihr keiner verfallen. Oh Scheiße. Weil ich bin ja so unhöflich laut dem Herrn Kollegen. Ja, du bist immer so unhöflich. Hm. Merk immer. Ich find's ja geil. Ähm. Bringst du mir gleich meine Palette Sargut vorbei? Ich bring da gar nichts weg. Warum nicht? Ich bin ja nicht der Ungestellte, Alter. Ich dachte, du bist doch höflich. Ja. Jo. Ah, Jo. Ich freu mich schon. Worauf? Nichts. Auf mein Special. Auf. Auf. Dieses wäre. Werden sie sehen. Oh Mann, warum werd ich's denn sehen? Wann ungefähr werd ich's sehen? Ah, dauert noch ein bisschen. Das war schon ehrenlos. Was? Ja, was ist der Anlass? Du. Warum? Wenn du's mir sagst. Ja, das ist gut. Ich muss aber gleich mal ein bisschen Sargut kaufen. Mach uns das, mach uns das. Was machst du überhaupt? Ernten, noch immer. Arbeitest du überhaupt? Nein, ich schau nur, wie's Wetter wird. Würde ich dir sofort glauben? Hm, wahrscheinlich. Das wird jetzt der Entwickler ein. So. Ein Entwickler, da sind wir zwar nicht mehr in der Zeit um die Schlepper einstellen. Warum haben Sie eigentlich so viele Abonnenten? Mehr als wie, Herr Kollege. Was haben Sie wieder gecheatet? Nö. Weißt du doch nicht, wie's? Weil die Leute meinen Content feiern und deswegen nicht abonnieren. Dich nicht. Nee. Keine Ahnung. Ich find's krass. Ich weiß nicht warum. Die Leute. Probier. Kreiß den Minion. Alles was mit der Komite. Oh je je. Oder ist das so schlimm für sie, dass ich mehr hab? Hm, na. Ich weiß nicht. Was soll ich den Leuten sein, dass du mich geabonnieren soll? Hallo? Hm, hab ich was gesagt jetzt? Na? Ja. Ja. Hm, so. Jo. Ja. So. Fünden Sie gerade mal meinen Traktor hochfahren und Satz gut einfüllen? Nein, keine Zeit. Warum nicht? Ich kann ja in der Zeit für Sie nicht dreschen. Ich habe nichts mehr zu dreschen. Ich habe auch gesagt, ich trage schon nichts mehr für Sie und Sie drum für mich dafür Satz gut aufladen. Hm. Ist er fair? Oder nicht? Nein. Warum nicht? So. Aha. Da klingt es noch Alkohol. Nein. 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 Hier ist nichts mit Alkohol. Wir fänden da wie ein Verrückter davon. Das sind aber keine 30. Wie schnell fährt denn dein Roller? Ihre 50. 54? Mhm. Warum fährt denn der ein Klammer schneller als meiner? Was ist das, Alter? Wow. Den hat der Chef höchstwahrscheinlich getunt. Moin, Leute. Moin, Akrymex 2. Ah, ja. Das Ding ist, das große Problem ist, Leute, ich bin auch nicht seit gestern auf YouTube und ich weiß, dass ich Akrymex verifiziere. Oh. Also, das war ja mal wieder der eleganteste Move überhaupt, Chrissy. Ah, halt die Klappe da hinten. Das geht nicht. Das geht es nicht. Ich werde es mal gegen die einen, dann werde ich gegen die andere auch noch. Aber auf jeden Fall schön, dass du da bist. Ach so, jetzt habe ich mich verfahren wegen ihnen. Vor allem immer wegen mir, Alter. Nur weil du nicht auf die Korre gucken kannst, hey. Ah, ja, 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 ja. Auf jeden Fall ein krasser Account, Alter. Ich weiß gar nicht, wie man den so gut, äh, kann man wirklich den Namen 1-2-1 so nehmen? Oder hat der irgendwie ein Climax-Trauch, hat irgendeinen extra Buchstaben drin? Oder das, ja, na gut, das ist Smiley. Aber auch immer gemacht. Ryan, Moin, wie geht's, wie steht's, mein guter? Ah, jetzt habe ich... Dieser Bremsweg von dem Herrn Kollegen da. Ja, Alter. Party? Immer, Junge. Immer Party. Hm. Müssen wir eine Eskalation wieder machen, hey. Schöne Ratze, aber wir sind gerade mitten im Video. Das kann ich die gerade machen. Ich kreie. Ach, ich kreie. Leute. Okay. Macht's ja. Könnt's gern bei mir vorbeischauen. Und Abo da lassen, wenn's euch gefällt. Oder mal kurz. Und, jo. Jetzt wird's Gold auf Konto gebucht. Oha. Ja, ja, so geht's eben da hin. Schön schön. Sonst, was habt ihr so schönes gemacht, hey. Hoffen wir aus. Habt ihr so schönes gemacht. So ist so nett, hey. Boah, der Michael hat er ja erst mal voll zugespampt. In DC und ich würde's einfach hätten, ja. Und warum? Ach so, ja. Okay, das sind keine wichtigen Nachrichten. Kann man mitspielen. Ausrufezeichen mitmachen. Kann man sich bewerben. Für das Team. Und man kann dann mitspielen. Jo, dann sind wir auch schon in der, äh. Das ist die dritte Folge von Aufnahmesession. Jo. Das ist die 25. 25. 25. Alter, wie die Zeit. Bald haben wir schon die 60. Junge, das ist unnormal. Mhm. Und dann ist ab... Das können wir nicht folgen, noch bis zum Finale, Alter. Das ist krass. Dann ist auf einmal die Challenge wieder aus, ja. Hä? Dann ist die schöne Challenge wieder aus. Hm, und im Finale wird nochmal krass, da kommt nochmal ein bisschen was. Also, joa. Ich glaube, das Ausrufezeichen, das mitmachen müsste zusammengeschrieben werden. Oh! Das hat nur ein Kollege. Was? Was ist denn mit Ihnen? Was? Was ist denn mit Ihnen? Ja, das muss ja sein. Man, kommt drauf an, was ich gerade habe. Nichts. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Schaut's gern zum lieben Mails-Profi vorbei. Lass's gern bei mir auch ab, oder um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.